Herzlich Willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe natürlich, dass ihr zuletzt zu Weihnachten reichlich beschenkt wurdet und dass ihr euch im letzten Jahr eure Ziele auch erfüllen konntet und was vielleicht noch wichtiger ist, neue Ziele für 2023 abstecken konntet. Sollte das aber nicht so sein, ist das eigentlich auch nicht schlimm, denn wir haben Jahre und die Trennung derselbigen uns sowieso alle selbst ausgedacht und ob man die Dinge am 16. Februar, 13. März oder 19. Oktober erledigt, ist eigentlich in dem Fall vollkommen egal. Es war ein sehr schwieriges Jahr für mich und es wird auch ein sehr schwieriges Jahr folgen. Man wird sehen, wie und wohin sich die Alpen Academy noch entwickelt. Ein meiner Meinung nach tolles Projekt, dessen Sinn und Unsinn immer eine sehr, sehr schwierige Gratwanderung für mich darstellt. Es wird sich im neuen Jahr viel ändern, nicht weil es ein neues Jahr ist, sondern weil jetzt im Winter genug Zeit ist, um vieles umzustrukturieren. Zu Beginn möchte ich aber gleich mal eine Kleinigkeit für euch bereitstellen. Viele von euch haben sich zu Weihnachten viele neue Dinge zugelegt oder geschenkt bekommen. Was die meisten Kletterer unter euch aber vermutlich nicht bekommen haben, ist Chalk und was sicherlich niemand bekommen hat, ist duftendes Aroma Chalk. Das möchte ich heute im großen Stil an einen glücklichen Kletterer oder eine glückliche Klettererin unter euch verschenken. Nicht eine Packung, sondern das komplette Paket, das ihr hier seht. Warum? Einfach weil ich großen Spaß daran habe, euch eine Freude zu machen. Es ist also wieder Zeit für ein Gewinnspiel und die Regeln dazu sind die gleichen wie die letzten. Ihr habt bis zum 8.01. um 23.59 Uhr Zeit, eure Teilnahme per Instagram oder E-Mail-Kund zu tun. Bis zum 9.01. um 23.59 Uhr müsst ihr mir bei Kontaktaufnahme eure Versandadresse zukommen lassen. Dann geht das Päckchen nämlich am 23.01. auf den Weg zu euch. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr aber auch wie immer in der Videobeschreibung. Aber ich habe noch eine Neujahrskleinigkeit für euch. Für alle, die nicht gerne klettern, sondern lieber wandern und bergwandern gehen, möchte ich diesen Wanderführer hier verschenken. Er wird ebenfalls verlost. Hier drin findet ihr die schönsten und interessantesten Wanderungen im Salzburger Land. Und das ist vor allem für viele Urlaubswanderer eine spannende Lektüre, aber natürlich auch für alle Einheimischen, die mal wieder etwas Inspiration suchen. Das Buch kommt aus dem Rota Verlag, kommt also mit der üblichen Detailtreue und netten Bildchen daher. Auch hier gelten die gleichen Bedingungen wie für das Joggewinnspiel. Nun möchte ich euch noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Zeit bieten, aber auch euch direkt brauche ich dafür. Die Alpen Academy wird sich in nächster Zeit wieder etwas weiterentwickeln. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber vor allem möchte ich erstmal von euch wissen, welche Inhalte für euch wirklich interessant sind. Das sehe ich natürlich auch durch Aufrufzahlen und Co. Es hilft mir jedoch mehr zu wissen, welche Themen ihr grundsätzlich spannend finden würdet. Das kann natürlich vielfältig sein, von Ausrüstungsvideos, Erklärungen zur Ausrüstung, Tutorials, Kurse, vielleicht auch mehr Videos über berühmte und weniger berühmte Berge, vielleicht Videos von Touren und so weiter. Ihr könnt hier sehr viel beeinflussen und kreativ sein, wenn ihr eure Stimme erhebt. Das könnt ihr zum einen in den Kommentaren, wenn ihr da was zu sagen habt, aber ihr könnt auch schnell und einfach die Umfrage im Community Tab des Kanals verwenden, um euren Senf kurz und bündig abzugeben. Künftig wird es am Kanal auch Short-Tipps geben. Seit langer Zeit hatte ich mir eine Lösung gewünscht, wie ich einzelne für mich coole Tipps in Videos packen kann, aber Videos mit einer Minute Länge fand ich immer irgendwie doof. Die Shorts bei YouTube waren zu Beginn wirklich unbrauchbar, sind aber mittlerweile so implementiert, dass ich schnelle Tipps für die Berge so sehr gut unterbringen kann. Einmal pro Woche kommt nun also ein neuer Short mit einem neuen Tipp aus dem Bergsport. Die Shorts sollen Dinge einfach verständlich und übersichtlich machen oder eben Dinge besprechen, die kein eigenes ganzes Video brauchen. Keine Sorge, die Shorts werden sicher kein Influencer-Kack-Content, sondern bleiben weiterhin im Motto des Kanals hilfreich, seriös und angenehm unaufgeregt. Wie dem auch sei, wenn ihr Vorschläge für Themen und Videos, aber vielleicht auch sogar ganze Serien mal hättet, die euch auf YouTube oder generell im Bergsport einfach fehlen, dann könnt ihr mir das jetzt hier gerne in die Kommentare schreiben, damit ich künftig auf einem für euch auch spannenden Pfad unterwegs sein kann. Gleichzeitig möchte ich euch auch auf eine etwas chaotischere Zeit einstellen. So wie auch schon die letzten Wochen hat das klassische Videosystem etwas gebröckelt und das war vor allem mit vielen Projekten im Hintergrund verbunden. Ich kann natürlich nicht garantieren, dass das künftig nicht auch mal wieder vorkommen kann, nachdem ich doch recht isoliert an meinen Themen arbeite. Nun bin ich im Januar auf einer sehr, sehr langen, ausgiebigen Tour im Ausland, so dass auch hier vielleicht die Videos vereinzelt ausfallen könnten oder etwas sporadischer erscheinen und auch im Juli wird es dazu nochmal kommen können bei einer Expedition. Gleichzeitig kann ich euch aber auch Mut machen. Über die Tour diesen Monat wird es einen hoffentlich sehr coolen und gut durchdachten Film geben. Darauf könnt ihr definitiv schon mal gespannt sein. Abgesehen davon stecken für euch die Bergsport-Community im deutschsprachigen Raum ein paar Ideen in den Kinderschuhen, die ausgearbeitet werden wollen. Ich bin zuversichtlich, dass genau deshalb das Jahr 2023 sehr, sehr spannend wird, egal wie es sich dann konkret weiterentwickelt. Und auch, so viel sei verraten, die internationale Bergsteigerschaft hat in Kürze die Möglichkeit mit den Alpenbeakademie-Inhalten in Kontakt zu kommen. Ich hoffe wirklich, dass ihr dieses Jahr ein schönes Bergjahr habt, eine schöne Zeit im Gebirge haben werdet, ihr alle sicher und heil wieder zurückkommt. Außerdem hoffe ich natürlich, dass ein oder andere Abenteuer natürlich auch mit dem ein oder anderen Bergfan unter euch erleben zu können. Ich wünsche euch in diesem Sinne jetzt noch ein wunderschönes neues Jahr, eine wunderschöne erste Zeit im Januar und wir sehen uns in wenigen Tagen schon wieder. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!